Das nervt mich immer ein bisschen, dass ich zweimal fordern muss, damit ich zehn Truppen in meine Klangbuch bekomme. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten ja und die Wende oder unerwartete Wendung hatte ich mir eigentlich gestern Abend notiert. Vielen Dank, Billy. Ich habe gestern Abend wieder mit Zuschauern zusammengespielt und das mache ich unheimlich gerne, weil die Zuschauer haben immer die wildesten Pläne, wenn es darum geht, Klangkriegsangriffe zu vermurksen. Oder halt auch zu gewinnen. Und ich zeige euch so ein bisschen hier immer mal wieder aus der Liga, also aus beiden Clans. Einmal Clan Free-to-Play und einmal Clan Herausforderer oder halt andersrum. Ich starte heute mal bei den Herausforderern, denn ich hätte gar nicht so eine Liga jetzt erwartet, weil ich ja jetzt auch die Rathoser kannte. Oder kannte. Und wir haben tatsächlich im unteren Bereich, also im oberen Bereich ist alles Lila oder halt dieses Ocean Blue oder was das auch immer für eine Farbe ist. Und im unteren Bereich haben wir dann tatsächlich auch mal den einen oder anderen Zwölfer. Das heißt also, wo wir dann hier, ja, ich will nicht sagen Easy-Sterne machen können, aber wir gehen mal rein hier, wie der Hai das gemacht hat. Jo, Riesenhexen-Bowler. Wundert mich sowieso, dass so wenige diese Kombi nehmen. Wenn es gegen Single-Entfernungs geht, haben wir gestern zuhauf gesehen, dass viele nach wie vor Golems nehmen oder Eis-Golems mitnehmen und eher die Riesen meiden. Ich weiß gar nicht, was die Riesen euch getan haben. So eine tolle Truppe. Und deswegen nehmt die ruhig ein bisschen eher. Ich habe heute mal Ingame-Sound drin. Mal sehen. Ich nehme, glaube ich, jetzt ziemlich laut auf. Aber das kann ich in einer Spur euch dann immer ein bisschen leiser drehen. beziehungsweise in dem Moment, wo der Angriff kommt, ist halt nur schneidetechnisch immer ein bisschen doof. Ein bisschen mehr Aufwand. Ist aber nicht so schlimm. Also schön gemacht hier ab durch die Mitte und außen. Da haben sich auch ein paar Truppen lang geschlingelt. Aber 13 gegen Rathaus 12. Aber der Hai ist auch noch nicht so ultra lange, glaube ich. Rathaus Level 13. Wir sehen das hier an der 5er Gladiatorin. Und auch noch an den 65er Helden. Da ist er also gerade so von Rathaus 12, Max, hier reingekommen in Rathaus 13. Und ich spiele unten doch nicht mit 13ern, sondern ich habe doch noch zwei 13er gefunden. Beziehungsweise ich hatte ja gesagt, ich nehme nur die Grünen mit in die CWL. Ich habe aber dann doch alle mitgenommen und habe dann nochmal rumgefragt. Und tatsächlich haben dann auch noch zwei oder drei Rathaus 15er geschrieben. Ja, ich bin doch dabei. Und klar, lasse euch die Medaillen hier nicht entgehen. Und natürlich auch den Spielschweiß, den wir hier haben. Und den hatten wir gestern Abend wieder. Also richtig cooles Ding, muss ich sagen. Und teilweise auch richtig knappe Dinger. Und auch so Dinger, die man nicht versteht. Weißt du, so Angriffe, wo du denkst, warum macht der das? Und aber schön gemacht hier von Hai. Und aus einem kleinen Herausforderer habe ich noch einen. Nämlich den Baba hier. Einmal Replay. Nee, Replay. 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 Nicht Replay. Replay. Ja, bist du schon. Replay. Und auch hier mit Bola einem Golem. Und mit zwei Eisgolems also erstmal ein kleines Stück gefunnelt hier. Sodass er die Lücke da aufkriegt. Jetzt kommt der Golem mit, oder kommen beide Golems mit raus. Mauervernichter hier mit reingenommen. Anstatt dem Nudelholz hier, den Kampfholzwerfer. Und auch dann geht das hier schön ab durch die Mitte. Da kommt ein Laberhund raus, glaube ich. Naja, habe ich im ersten Gucken gar nicht gesehen. Also Lava-Hund und drei Lohns, aber es geht ganz easy peasy. Ich kann ja mal nach vorne gucken. Fällt mir gerade so auf. Ich habe es da vorne auch. Da es ja gespiegelt ist. Müsste nur halt immer ab und zu mal reingehen. Dass ich euch mal so das ein oder andere größer stelle. Dann seht ihr das am Handy auch ein bisschen besser. Kann man ja mal machen. Ein bisschen aus der Totalen rausgehen. Und hier so ein bisschen schauen, wo ist was nicht so toll gelaufen. Das haben wir ja gestern Abend auch bei meinen Blimp-Angriffen richtig schön verfolgen können. Man hat ja diese Halbgeschwindigkeit hier. Und da kannst du richtig schön deine Angriffe nochmal analysieren. und kannst checken, was da so gar nicht gut gelaufen ist. Rollchampion jetzt schon recht früh hier geworfen. Aber der kriegt auch Pfeffer außen. Schön die ganzen Pixel-Barbaren hier am Start. Ich mag die. Ich mag die einfach. Hat so ein bisschen was von Minecraft. Ich meine, Minecraft mag ich nicht, ja. Aber das hat so ein bisschen was davon, wie die da so rumhüppeln. Und, ähm. Aber dennoch sehr, sehr schön gemacht hier. Drei auf, beziehungsweise sieben auf sieben. Hier Baba Hüß gegen Katze. So, jetzt denke ich auch mal dran, dass ich euch das Mikro leise mache, bevor ihr, bevor ihr Ohr in Schock bekommt. Aber manchmal mache ich das dann einfach nur leiser oder schneid's weg. Aber ist halt menschlich. Okay, also hier sieht es ganz gut aus in der Liga. Ich glaube, wir sind immer noch Erster. Ah, nee, wir sind jetzt Zweiter. Okay, we found you. Okay. Gegen die müssen wir aber als nächstes ran. Und die sind schon ein bisschen weiter als wir. Die haben 13 Angriffe. Okay. Sieht also wirklich sehr, sehr gut aus in der Liga. Hätte ich so nicht erwartet. Und ich bin auch ganz froh, dass wir hier jetzt wirklich mit dem Beckensprung noch jemanden gefunden haben, der von auswärts kam. Der Level 99 kam hier noch mit rein. Und auch alle schon angegriffen. Das finde ich noch viel, viel schöner, wenn die hier alle ihre Angriffe machen. Es müssen ja gar keine drei Sterne werden oder so, ja. Es müssen ja gar keine drei Sterne werden. Warum nicht? Das sehen wir hier im Clan. Free to Play. Ja, da hat es mich natürlich besonders gefreut, dass wir eine 30er gestartet haben. Und ich wusste aber, ich wusste aber, dass es bockschwer wird. Und es wird bockschwer. Es hat zwar gut angefangen mit so ein paar Devs und auch einem Angriff von mir, der gar nicht mal so schlecht war. Das war jetzt mit Zuschauern hart geplant hier. Und ich jetzt wahrscheinlich genauso gemacht. Na klar. Ja, oder oder sehr, sehr ähnlich. Ein Bowlersmash hier. Ein Bowlersmash. Und ich als Rathaus-Armer, Rathaus-Vierzehner hier gegen den Fünfzehner. Keine Angst vorm Inferno. Äh, ne vorm, vorm, ähm, wie heißt das Ding hier nochmal? Jetzt komme ich mal wieder auf den Begriff. Monolithen. Keine Angst vorm Monoliths. Also erste Attacke hier mit dem Flammfinger, dem Flammschleuderer Richtung Adler. Also die Adler-Adler, die sollte fallen oben dann mit einem Wortenburg. Da kamen jetzt noch nicht so viel, ähm, so viel Gegenwehr. Und ihr seht, so ein bisschen gerusht ist der natürlich auch. Ja, so ein bisschen gerusht ist der natürlich auch. Ähm, denn viele, viele Bases unserer Gegner sind gerusht. Aber sie werden trotzdem nicht immer geschafft. So muss ich es eigentlich dazu sagen. Ähm, manchmal ist es einfach auch schwierig aufgrund der Größe, ähm, wenn ein Zehner dann auf einen, auf einen Zwölfer trifft und so. Ist leider so. Oh, ah. Ah, 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 äh. Äh, auch falsch. Auf den falschen Button gekommen, okay. Hi, hi, hi. Entschuldigt. Da habe ich kurz mal verkehrt geklickt. Aber schön gemacht hier der Herr Avatar. Ähm, schön gefangelt hier mit dem King gegen gefangelt. Und dann sollte das hier ab durch die Mitte gehen. Meine Wortenzündung war zu früh. Meine Wortenzündung war zu früh. Sie war auch versehentlich. Denn da war ja nichts drauf. Auf meinen Truppen. Und deswegen hat es mich auch ein bisschen geärgert, dieser Angriff hier. Weil er halt am Ende auch so gut war. Mit 94 Prozent hätte ich diesen fast getreiert. Und, ähm, hätte ich auch gar nicht so erwartet, weil jetzt leben hier schon gar nicht mehr so viele Truppen. Und, ähm, aber dennoch ein paar Bruder sind noch da. Die Queen ist noch dort. Die hat jetzt gleich auch gezündet und auch, glaube ich, wieder hochgeheilt. Ich habe das Pony vorher extra noch gegämmt. Ja, und die reparieren da hinten noch immer alles, ne? Naja, was willst du machen? Mach euch mal schneller. Denn am Ende ist das nur ein Time-Fail. Leider. Leider, leider, leider. Meine Queen hätte hier noch alles gerissen. Die ist nochmal komplett hochgeheilt worden. Und, äh, ja. So bleiben das hier. Zwei Sterne. Okay, wir schauen mal weiter rein. Und, ja, eine Nullnummer haben wir leider auch da dabei. Also, wenn, wenn ihr auf Gegner trifft, die natürlich viel, viel zu stark sind, nehmt eine Safe Blip mit, Leute. Dann wird das was. Aber ich habe hier unten noch einen Angriff, glaube ich, den haben wir gestern gesehen, von Ben. Das ist so ein Angriff, da denkst du. Ne, war das von Ben? Ich glaube, das war gar nicht von Ben, oder? Na, ich lasse ihn trotzdem mal laufen. Dann war es doch jemand anders, der so eine ganz komische Armee genommen hat. Aber hier schön gesehen, zwei Single entfernt, oder kommst du eigentlich mit Hexen und Bowler immer relativ gut voran. Nicht ganz so effektiv reingefundelt, aber die Bowler gehen jetzt doch nochmal wieder alle komplett mit rein, die da kurz mal an die Seite gingen. Und, ja, Kampfholzwerfer macht hier auch schön eine Mauer nach der nächsten auf. Nimmt jetzt sich jetzt das Rad raus. Okay, die Minions waren jetzt noch ein bisschen verteilt, aber das schaffen die Hexen auch ganz easy-weasy. Und warum nimmt er eigentlich nicht einen Giftzauber? Mit einem Giftzauber könnte Sinn machen, so ein paar Truppen zu giften. Dann müsste es die Truppen nicht machen. Und in der Mitte hat er nochmal durchgeheilt. Und auch, ja, kann man machen, kann man machen. Heilsauber ist da durchaus in Ordnung. Dafür ist er ja da, um die Truppen nochmal schön. durchzuhalten. Es steht ja nicht Hawk Rider Heilsauber dran, sondern generell Heilsauber. Ich bin da wirklich mal gespannt, wie laut das jetzt war in der Aufnahme. Ich höre das jetzt ja gerade nicht. Aber ich kann es euch ja runterregeln. Sehr schön gemacht hier. Und die Hexen, viele, viele Hexen und die Skelette vor allen Dingen. Das ist immer schön anzusehen hier, die Larrys, ne? So, Bombe geht hoch, ist auch egal. Und ein Eiskulämm überlebt am Ende auch noch. Der tankt ja auch noch schön den Bomben-Turm. Da gehen die Skelette zwar bei drauf, aber auch das ist nicht so schlimm. Denn er hat genug Truppen. Schön gemacht hier. Ich muss jetzt aber mal den Angriff raus suchen, wo so eine unmögliche Armee war. Also einen kurzen Cut. So, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. On Fire. On Fire hier mit, wir halten mal eben fest, acht, ne, neun Drachen, zehn Hawk Rider. Und die Hawk Rider haben hier irgendwie nichts angerichtet. Noch und noch weniger als nichts. Und trotzdem wurden das hier drei Sterne. Kaum zu glauben, das sind so Sachen. Da denkst du dann auch, vor allen Dingen, wenn das live siehst und nicht dokumentiert, was machst du, Junge? Und auch die Blitzhauber, sechs Blitzhauber. Ich weiß gar nicht, wo er die drauf setzt. Müssen wir aber gerade abwarten. Und zwei Eilen. Fantastisch. Okay, die Luftabwehr da oben. Und vielleicht die Luftabwehr hier hinten. Warte mal. Mal gucken, so dass er zwei Luftabwehren entgegenkommt. Nein, er nimmt die. Okay, auch noch. Ich hätte jetzt die hier genommen, auch wenn die kleiner ist. Aber er hat ja jetzt alle drei weg. Und müsste eigentlich jetzt der Luftabwehr entgegenfliegen. Macht er auch nicht. Hat jetzt aber erstmal mit den Minions hier zu kämpfen. Aber okay, er hat ja Drachen. Und er hat Hawks. Wofür hat er Hawks? Man fragt sich das echt. Aber ist ja egal. Drei sind drei. Und ich hätte ja schon mal gesagt, wie? Egal. Jetzt kriegt der Ballon nochmal einen Hit. Oder zwei Hits. Und jetzt hat er eigentlich einen schönen Funnel geschaffen hier. Für seine Truppen. Borden mit drin. Und jetzt kommen gleich irgendwie die Hawks da. Da und da. Die sind so ein bisschen verteilt geritten gerade. Drei Stück hat er jetzt noch. Aber die sind irgendwie so nutzlos. 50 Truppen Platz waren das. 50 Truppen Platz. Dann nimmt er doch lieber ein bisschen Ballons noch mehr mit. Oder noch einen Drachen. Oder sogar zwei Drachen und zwei Ballons noch zusätzlich da mit rein. Aber Eilzauber hier schön über die Luftabwehr. Passt. Perfekt. Oben schützt den Turm. Ja und am Ende werden das hier drei Sterne. So geht's. Sehr cool. Freut mich auf jeden Fall. Ich weiß, wir verlieren hier. Das macht aber nichts. Wir holen auf jeden Fall genügend Sterne. Und vielleicht schaffen wir es am Ende der Saison wieder. So viele Sterne zu haben, dass wir die Liga wieder überstehen. So war das eigentlich bisher immer. So wirklich Spaß macht das Ligaspielen beim Clan Free to Play schon lange nicht. mehr. Aber jetzt mit dem Avatar oben und den vielen, vielen Zwölfern. Klar, wir haben unten Zehner. Die müssen gegen Zwölfer und Dreizehner ran. Das kriegt man irgendwie hin. Ja, das kriegt man irgendwie hin. Könnte ich euch auch nochmal eine Folge machen. Die perfekte Heat-Up-Armee oder sowas. Die gibt es nicht wirklich. Aber wenn man mit einer Safe Blimp, glaube ich, an die Rathäuser rangeht, dann schafft man ja vielleicht so einen Stern, wenn nicht sogar zwei Sterne. Ja, ein bisschen mit Babydrachen vielleicht verteilt oder mit Drachen verteilt. Je nachdem. Ein bisschen kann man ja auch ausrichten. Aber hier im unteren Bereich haben wir halt Rathaus 10, Rathaus 11. Und ja, die machen uns natürlich hier alle platt. Gar keine Frage. Sollen sie auch machen. Dafür sind wir ja auch da. Und da haben wir dann überhaupt keine Schnitte. 94% muss der bei mir erstmal holen. Ich gucke mal, wie er so aussieht. Der Karl. Naja. Oh, hier hinten die Zauber gar nicht gelevelt. Okay. Na, das muss er erstmal machen. Das muss er erstmal machen. Mal gucken, ob er 320 Truppen hat oder 300. Er hat 290. Okay, ist noch nicht mal ein richtiger 4-Zenner. Alles klar. Ding mal hin. Gegen die Ruscha-Bande hier. Also viele Bases waren hier ein bisschen gerusht. Kann ich euch mal ein bisschen scouten hier. Oh, das ist 10 auf 10. On fire. Aber wenn wir hier mal so ein 12er sehen, ne. Ist ja alles machbar. Ist alles machbar. Naja. Ich wollte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was hier geht. Also es ist keine unerwartete Wende. Oder ist das die Wende? Nein, es ist nicht die Wende. Aber trotzdem freut es mich, dass wir hier so eine coole Liga gestartet haben. In beiden Clans. Ich hoffe, ihr habt auch eine coole Liga. Und bekommt die Woche ganz gut rum. Wir haben morgen wieder Freitag. Denkt dran bitte, abends wieder ein bisschen Live-Steam. Ein bisschen Live-Liga. Und dann sehen wir uns im Alter Frische. Bis dahin. Danke für die Aufmerksamkeit. Übrigens. Euer Toto. Fescht. Musik. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020